Guten Morgen, wir sind jetzt in Cadiz angekommen, hier liegt ein Tool-Schiff, das ist der kleine Hafen von Cadiz und hier liegt auch ein kleines Schiff, wollen wir doch gleich mal gucken, was es ist. So, ein Pech, das war aber auch schlecht, dass wir da haben, aber wir gehen trotzdem mal von Bartemey in die Frühstück und dann zeige ich euch später die Stadt.